Was ist denn das? Ein bisschen Video. Ja, mach mal. Da drüben war ich mit dem Nachbarn von der Sache, mit dem Alter, der mich fast umgebracht hat. Impfdünsterei. Mach heute mal hoch. Nee. Hin oder hin oder? Ich will auch noch gucken. Warte mal, was das ist. Zeig mir mal, wo das drin ist. Ist das so zum Aufstellen? Ja, das haben wir mal gekauft. Mhm. Ja. Du musst dich auch mal umdrehen. Hin oder dir die Leute auch mal. Wieso? So war das so ruhig. Wollt ihr das in Bad Schwaden hauen oder waren 300 Leute? Ja. Ja. Und mindestens 30, 40 Bullen. Und dann hat der Sven am Schluss, am Rathaus da unten, weißt ihr wo das ist? Nebendran war die Post früher. Ja. Und da hat er noch Ansprache gehalten. Bedankt bei den Bullen und überall. Bis jetzt. Du bist noch mal. Ja. Ja. Wo ist es? Ja. 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 Du bist noch her. Äh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020